So, also, wie machen wir das denn jetzt? Das ist jetzt, also hallo, willkommen zu meinem Let's Play Super Smash Bros. Infinite Online. Sorry, dass ihr keinen Sound habt, aber das liegt daran, dass die Karte von meinem Aufnahmegerät nicht mehr funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, lasst einen Comment da. Und, ja, mal gucken, wer uns begegnet. Also, ich spiele den nicht sehr oft. Sans ist einer der stärksten Charaktere in Super Smash Bros. Und, ähm, ich bin, ja, schon eigentlich... Ah, gut, ehrlich zu sein würde ich nicht mehr. Ich hoffe, jetzt Connected auch einen zu dem Nintendo-Server der Besten. Es gibt keinen besseren Server als zu dem Nintendo-Server. Ja, scheint so, als wäre, äh, uchs, als wäre, äh, Sans ein bisschen zu krass. Ja, möchte keiner mit, äh, gegenspielen. Ähm, das ist jetzt, äh, das ist jetzt blöd. Okay. Warum funktioniert das nicht? Sorry, Leute. Technische Probleme, man kennt es. So, äh... Ja, genau, hier ist Sans. Und, ähm... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute.